Und wie viele Menschen muss ich dafür umbringen? Den Rest, noch einmal so viel, bekommen Sie, wenn die Arbeit erledigt ist. Dürfte ich jetzt vielleicht erfahren, wie ich das Geld verdienen soll? Wie heißt du? Sagen wir, Eva. Ja, er beginnt schon anzubeißen. Danke. Ich sage, er wird bald anbeißen. Sagen Sie, was würden Sie für 4.000 Mark alles tun? Wie meinen Sie? Würden Sie für dieses Geld 14 Tage lang in einem dunklen Brunnen sitzen? Oh, ich würde für so viel Geld sogar 25 Tage an einem Baum hängen. Manchmal habe ich ein sonderbares Gefühl, als wäre etwas nicht in Ordnung. Als gäbe es etwas außerhalb von uns beiden, etwas, was zwischen uns steht. Ich glaube, dass ich dich liebe. Sie. Sie. Untertitelung des ZDF, 2020